Hier ist euer LP mit Maik und euer Frank Duckel. Also LP mit Tony, also ja, Frank Duckel. Genau, aber früher hat der LP mit Tony geheißen. Wen interessiert's? Wir machen gleich so ne Fasche mit Glückser Alkohol frei. Ja, das soll so ein kleiner Präck sein. Und nochmal danke an die 49 Abos und hier, diesen Kerl auch mal gerne abonnieren. Drück einfach auf den roten Button. Da, da. Spaß. Das, äh. Uh, Stromzauern. Wollen wir einfach. Und. Wollte eigentlich nichts sagen, oder doch? Hm, ich sag nicht mal. Das dürfte sehr witzig werden, weil wir sein Vater und seine Mutter gerade zu Hause sind. Ja, und wir wollen gerade in den, äh, meine Eltern verarschen. Und das werdet ihr nachher alles im Video sehen. Also ich versuch das alles noch richtig zusammenzuschneiden. Schau, schau. Bis gleich. Ja, schau. Bis gleich.